Ich bin Kevin Hoenicke und ich kandidiere als Bezirksbürgermeister in Lichtenberg. Die Menschen, die dort leben, Lichtenberg ist einfach ein toller Bezirk und macht Spaß dort zu wohnen. Meine Herzensache ist gerade das Wohnen, also Wohnraum für alle die schaffen, die in Lichtenberg gerne wohnen wollen. Mein Lieblingsort ist der Stadtpark, weil dort die schönsten Enden der Stadt sind. Willy Brandt und Helmut Schmidt in Kombination. Das Wohnen. Ich bin nach Lichtenberg in den Weidekiez gezogen, dort waren Nazis und die wollte ich weghaben und das ging am besten mit der SPD. Energisch, immer gut drauf und anpackend. Weil die SPD die beste Partei ist, weil wir haben die ganze Stadt im Blick und wir kämpfen für eine gerechte Stadt Berlin.